Es gibt Tage, da geht einfach alles schief. Erst zu spät gekommen, weil ausgerechnet heute dieser idiotische Stau sein musste, dann dieser ungerechtfertigte Anschiss vom Chef für eine Sache, für die man nun wirklich nichts kann und dann kommt auch noch die völlig überzogene Rechnung für die letzte Autoreparatur ins Haus. Das Maß ist voll, es ist wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren. Warum muss mir das ausgerechnet passieren? An Tagen wie diesen fühlen wir uns vom Unglück verfolgt, regen uns furchtbar auf und fühlen uns vom Leben ungerecht behandelt. Innerlich sind wir dann höchst angespannt und von Gelassenheit und innerem Frieden so weit entfernt wie der Mond von den Sternen. Und es ist uns ziemlich wurscht, dass wir mit der großen Empörung in uns das Problem nicht im Mindesten beeinflussen können. Ganz im Gegenteil, der negative innere Stress ist für uns mega ungesund. Wie können wir es also schaffen, den unvermeidlichen Missgeschicken des Lebens mit mehr Gelassenheit zu begegnen? Drei wunderbare kurze Übungen, sich von Ärger und negativem Stress zu befreien und somit zu mehr Gelassenheit zu finden, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Erstens der Perspektivwechsel. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden von außen auf das Problem schauen, das Sie gerade so furchtbar aufregt und ärgert. Versuchen Sie mal, das schwierige Problem aus der Sicht einer dritten Person zu sehen. So, als würden Sie die Szene in einem Film betrachten. Was denkt diese Person über das Problem, das uns gerade den letzten Nerv raubt? Was hält sie von unserer Reaktion auf das Thema? Verdreht sie vielleicht die Augen, wenn wir weinend zusammenbrechen, nur weil der Chef einen schlechten Tag hat und uns anschnauzt? Was würde uns diese außenstehende Person raten? Die Beobachterperspektive kann helfen, inneren Abstand zu den Problemen des Lebens zu bekommen und uns wieder zu sammeln. Denn die Relationen verändern sich dabei. Zweitens die Zeitschiene. Bewerten Sie Ihre Gefühle und Ihren Ärger auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 die obere Messlatte des Ärgers und der Verzweiflung ist. Wie würden Sie das aktuelle Problem aus jetziger Sicht einordnen? 7 vielleicht oder 8? Stellen Sie sich nun einmal vor, Sie wären 100 Jahre alt, stünden kurz vor Ihrem Lebensende und würden auf Ihr ganzes Leben zurückblicken. Welche Bedeutung hätte das Thema dann noch? Wie intensiv wäre der Ärger und der Stress des Menschen die oder der Sie als 100-Jährige wären? Bewerten Sie auch das auf einer Skala von 1 bis 10. Nehmen Sie eine Veränderung wahr? Die dritte Möglichkeit zur Mehrgelassenheit bei Alltagsproblemen heißt aus luftiger Höhe. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden auf ein Raumschiff gebeamt, das die Erde umrundet. Von hier oben, weit entfernt von Ihren irdischen Sorgen und Nöten, könnten Sie alles aus sicherer Entfernung betrachten. Und nun nehmen Sie Ihr galaktisches Zoom-Objektiv, mit dem Sie von oben das Leben verschiedener Erdenbewohner aus der Nähe betrachten können. Mit welchen Problemen haben diese Menschen wohl zu kämpfen? Haben Sie vielleicht Hunger? Sind Sie krank? Trauen Sie um Ihre Liebsten? Haben Sie das Dach über dem Kopf verloren? Was immer es ist, der Blick auf die existenziellen Nöte, von denen viele Menschen weltweit betroffen sind, macht unser Leid zwar auch nicht kleiner, aber es hilft, unsere stressigen Alltagsprobleme in eine andere Relation zu setzen. Und das wünsche ich Ihnen herzlichst, Ihre Claudia Bechert.